Seit Ende Juni ging kaum etwas voran bei den Gesprächen über den EU-Austritt Großbritanniens. Jetzt sind die ersten Hindernisse aus dem Weg geräumt. Heute Nachrichtenquelle ZDF nach monatelangen zählen Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens, gibt es einen ersten Durchbruch. Man sei sich einig über die wichtigsten Fragen der Trennung und können nun in weitere Verhandlungen eintreten, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die britische Regierungschefin Theresa May sagte, sie gehe optimistisch in die nächste Verhandlungsphase. Es gehe nun um eine enge Partnerschaft, die vor allem für die wirtschaftssichere Bedingungen schaffen werde.